Ja, Erhard Heinold, ich habe die Session gemacht, Innovationsmanagement in Verlagen vor allem und auch in anderen Unternehmen. Wir haben darüber diskutiert, wie die Unternehmen unserer Branche in die Lage versetzt werden können, diesen unglaublichen Innovationsschub, den es momentan gibt, zu bewältigen. Und die Meinungen waren durchaus durchwachsen, also von der Meinung, ja, das können wir doch in den eigenen Organisationen abbilden, bis zu der Meinung, radikale Innovationen können wir überhaupt nicht abbilden, wir müssen ganz neue Formen finden, wir müssen unsere Unternehmen zerschlagen oder neue Unternehmen kaufen und gründen. Und so haben wir also einen Haufen von Faktoren gesammelt, die Innovationen fördern können und waren dann der Meinung, dass insgesamt unsere Branche sich wirklich mit dem Thema Innovation beschäftigen muss.